Na Na, Like There's No Tomorrow Wicked on the night, Don't worry about a thing Don't worry about a thing Don't worry about a thing Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Let's Adventure! Minecraft, 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 schlecht, das war man fang Minecraft Ja also ich bin jetzt in Minecraft wieder zurück Demchen nach einer langen Zeit, keine Demchen mehr So erstmal, äh, wir haben normalen Sicht So, alles sieht ganz schwarz, ne? Wir sind gerade im End Naja, wir haben ja weniger Pein So wir waren letztens hier in der Stadt Und jetzt werden wir mal kurz gucken Äh Was man noch so machen kann Ich hab nämlich keine Ahnung mehr So erstmal runter und erstmal gucken Erstmal sollte man was fressen Und ich glaube es ist Dauernachts So wie es mir so vorkommt Und jetzt ein Adventure Wir können ja kein Weizen oder sowas abbauen So Gibt's hier am vorne noch irgendwas? Ne, ne? Ne Oder? Mal nachschauen bevor man irgendwas urteilt Da unten ist nix Da ist einfach nur Spudden Aber wo könnte man weitermachen? Ich versteh mich nicht Warte mal, was haben wir denn hier? DML, Mumra Stärke 4, Zauberbuch So So Wie haben wir denn so nix gefunden, ne? Das ist hier eine kleine Hülle da unten Aber da ist auch nix so wirklich jetzt Ich denke da ist auch nix zur Adventure Map irgendwie dazu Jetzt kommen wir da runter Jetzt kommen wir da runter Hei 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 Was macht ihr hier drinnen, die kleinen Bodies? Gar nix Was habt ihr hier drinnen versteckt? Gar nix Okay, okay Hier drinnen ist ne Werkbank Vielleicht können wir zugreifen und vielleicht uns mal ein Brot kraften So, ein Brot Hm Hm Was ist Vielleicht Noch Teil der Adventure Map Es ist schwierig Sehr schwierig Aber ich glaube Wir gehen erstmal kurz Wieder zurück den Weg Und dann Gucken wir einfach Was uns auch uns erwartet Naja, hier sind keine Mondtasche Können sie ein bisschen abdäntzen, wenn sie wollen So, da ist irgendwie Lava oder sowas da ist Naja, ist Lava Eine Endetruhe Weil ich schon vorher auch schon da Ich brauche Essen Brot mir erstmal mit Ach, Stevie Bist du immer noch bisher gefolgt oder wat? Aua Wann ist er uns gefolgt, du? So, nen weiten Weg Bohren könnte ich eigentlich mitnehmen Pfeile genauso Mö Feuerschutzer Mö 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 So, mehr brauchen wir eigentlich gar nicht, wollte ich nur kurz gucken, was man so aussortieren könnte. Hihi. Und jetzt sind schon einige Sachen. Aua, ich bin da wieder angetatscht. Was hat mir Aua, warte, manchmal kommt's kurz die Monster aus. So, dann ne, finden sie uns nicht so. Wie geht das jetzt auch? Oh, look like they need a key to enter the pyramid. Maybe this book has a answer. The book Mumra will enter the pyramid, it wills the wish up until themself death. If you are the undead and wish to enter your shore, find a key within the village in the Great Akalia near the well. Was ist denn hier davon? Irgendwas da? Können wir irgendwo das kurz erklimmen und mal nach oben gucken, ob da ein Eingang ist? Ich weiß, es fällt schon drauf auf dem Zädel. Aber halt, da hat die Kuppe Paste hier hingetan, ey. Ähm. Ja cool, jetzt heißt es zurück in die Stadt, irgendwie in der Nähe oder sowas. Sollte es ja sein. Vor allem schließt man ein Buch, genau weil Pyromeda steht in der City, ne? Dead logic. Hm. Ja, meine Liebe, wir sind gespawend. Gespawend. Wie gesagt, hin, her, teleportiert. Guck mal hier, XP. Pew, pew. So. Haben wir jetzt auch ein bisschen geschafft. Naja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger geschafft, aber... Naja. In der Nähe. Ich geh mal da hinten gucken. Und... Das ist nix. Das ist eh noch Feuer, ne? War noch Feuer. Okay. Ähm. Sonst gar nix. Ehrlich, ich muss... Ich muss das grad ganz kurz machen. Ähm. Naja. Äh, 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 äh. Aber wo ist denn jetzt gerade hier, ähm... Wo es weitergeht? Ich bin voll verwirrt. Das geht auch gar nicht, oder? Ah. Ich muss ja irgendwas sein. What the fuck? Was ist das da do? Ähm. Was tust du jetzt, wenn ich hier... 25. I. So. Was ich mir nur so gemacht habe. Ach, das war schon. Was ist da hinten? Was ist hier hinten? Was ist hier hinten? Da ist irgendwas... Wasser. In einem Block. Hier ist das auch gar nix, ne? Gar nix. Das müssen wir ja mal sehen, irgendwie. Wenn... Wenn... Hier... Die Trinke versteckt. Okay. Hier ist die Erde. Ist auch nix. Ist irgendwie hier mit was zu tun. Was? Hoppla. Kann ich hier irgendwas noch machen? Ne. Nur ein Höhengeräusch. Äh. Was gibt's noch? Löcher untersuchen können wir jetzt eigentlich auch. Hm. So. Kann man hier weiter. So. Hier hin. Na. Komm. Da unten ist die Höhle, glaub ich. Wo es richtig tief reingeht. Aber das... Gehört eigentlich doch keinem Star Adventure Web dazu. Oder vielleicht doch? Also... Ich weiß es nämlich gar nicht. Ich glaub eher weniger, dass es hier dazugehört. Wenn ich hier jetzt nicht... mehr rausgekommen. Jetzt mal in... Oha. Game Mode setzen. Schau dich mal vor. Schau dich mal vor. Es geht hier zur Adventure Web dazu. Aber ich kann jetzt gar nicht glauben, dass das jetzt dazugehört. Das ist mir eigentlich gar nicht aus. Ich komm grad so vor wie Let's Play Minecraft. Ohne Witz. Also ich komm mir wirklich grad so vor wie Let's Play Minecraft. Ja. Na ja. Wir sind in der Höhle. Und äh. Erkunden hier grad alles. Aber ohne Fackel. Naja. Ich hoffe er sieht noch irgendwas. Aber ich denke schon. Ich hab alles eigentlich relativ hell eingestellt. So. Da war's jetzt wohl erstmal. Äh. Titel erlaubt. Lammelt starten. Äh. Gami. Modder. 1. So. Ausgang. Erstmal legt es. Genau. Ist natürlich immer super. Äh. Achso. Wir machen noch eins weiter hoch. So. Shuuuuu. Shuuuuuu. Shuuuuuuuuh. We sind draus hin. Wir fliegen mal ganz weit rum und gucken jetzt wo es weitergehen könnte. Aber das erspart uns wenn ich die Zeit der Suche. Ach so. So. Geht auch noch rein. die höhlen einfach absperren können weil oder wenigsten so keine hinweiche ich habe keine ahnung wo